jetzt gehen wir rein zu dem nächsten herzensguten mensch und das ist der hier mein bruder arda der mann hat auch alles verdient der welt deshalb gehen wir jetzt rein Arda Saatchi fängt wieder an zu laufen heller losung sehr 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 geil es geht weiter chat sehr sehr geil na hast du gerade was über den dings darüber gemacht damit man sieht wenn du aufschießt dass da was ist ja denkt der ich bin blöde ich bin der Bart steht ihm sogar was ich sagen ich finde es steht ihm sieht ein bisschen aus wie Wolverine sehr geil neues Outfit rucksack wieder an und flieg es geht los wir können wieder langsam langsam Kilometer sammeln wir haben jetzt hier alles eingepackt wir sind ja hier in Boussaint-Rille gewesen die ganze Zeit in Frankreich noch nicht Leo aber Transfermarkt hat mir geschrieben heute die wollen irgendwie dass ich da mal was mache Grenzen in Saarland genau jetzt geht es erstmal weiter immer weiter rein Richtung Paris erstmal ist der erste große Stopp bis dahin mache ich so warmlaufen mäßig 350 Kilometer ja man ich freue mich drauf die Jungs sind auch hehehe hehehe Arditt sitzt der da so alter hehehe du hast irgendwie so ein komisches Dorf ausgewählt auf der Map gesehen das ist einfach ein kleines Dorf irgendwo irgendwo ja ich bin eh gespannt wie das sein wird jetzt in Paris auch äh in Paris sag ich in Frankreich wie das so ist mit den wenn wir mit ihnen campern und wo bleiben wollen oder irgendwie so Wasser aufladen ich schwöre er sagt warmlaufen 350 Kilometer subhanallah können ja also viele können kein Englisch hier in Frankreich hab ich jetzt so ich glaube nicht Julian ich bin mir nicht sicher aber ich glaube nein du hast aber auch dazu gelernt ja kannst du endlich Schlami guten Abend Bruder also ich kann Baguette bestellen du Baguette soll ich schon sagen ich geh los geh mal Luft schnappen ist das Wetter überhaupt lauftauk oder willst du erst noch warten bis 30 Grad sind wir haben es jetzt kurz vor neun ja wir haben jetzt noch die ganze Zeit wie gesagt Sache eingepackt willst du sagen dass es ein gutes Lauf hätte? optimal gestern wo wir der Familie und so tschüss gesagt haben war schon ein bisschen emotional irgendwie hat schon das Gefühl so ne komische Stimme ein richtiger Abschied ok wo geht's lang? da lang das ist so dieses Gefühl so ein auf du hast lange keinen Ball mehr am Fußgarten und auf einmal fühlst du dich wie so ein Dings weißt du so die ersten Schritte wenn du jetzt denkst halt ein bisschen mehr lang mal an den Reim wir gehen wir gehen wir gehen down wir gehen So Leute, ich bin wieder back on road, die geliebte Landstraße. Alter, ich habe es vermisst, ja, geisteskrank, geisteskrank. So, also, der Plan sieht wie folgt aus. Ich werde immer wieder langsam anjoggen, dann schnelles Gehen, anjoggen, schnelles Gehen. Immer so ein Wechsel, dass die Sehnenbänder, der Knochen sich wieder langsam, langsam an die Belastung gewöhnt. Und so sammeln wir erstmal Kilometer, um New York City einen Schritt näher zu kommen. Wir haben jetzt erstmal bis Paris, das ist ungefähr so 350 Kilometer. Wie lange war denn jetzt Arda raus gewesen? Zwei Monate so? Ungefähr? Bis dort haben wir jetzt so ne... Drei Monate fast! Scheiße. Eingewöhnungsphase... 1,5, April, Mai, Juni... Boah, zweieinhalb Monate, wa? Boah. Wo ich genau dieses Schema durchziehen werde. Immer wieder antesten, gucken wie mein Körper drauf reagiert. Wie die Regeneration ist, etc. pp. Und... Ja. Geil, ich freue mich drauf. Ihr könnt euch jetzt auch wieder auf mehrere Videos freuen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ja. Einfach super faszinist. Der freut sich. Ich kann es direkt sagen, in Frankreich fahren die auf jeden Fall viel, viel wilder als in Deutschland. Also ist ja geistkrank. Die Autos fahren so nah an mir vorbei. Von gut und böse. Zäger. Das war das erste Auto, was ein bisschen ausgeschert ist. Der Rest, alle gefühlt halben Meter haben mir vorbeigedrettert. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, aber hier war einfach eine sch*** Schlange. Gänsehaut. Alter. Super, Sinist. So, jetzt kommen wieder die Waldwege. Alter. Ich hätte da so Angst umzuklicken, ne? Boah, wir sehen hier. Mal sehen, wie die Wälder in Frankreich so sind. Ich sage euch ehrlich, in Deutschland habe ich sie lieben gelernt. Ich fand, die geilsten Spots waren immer in den Wäldern, wenn man so komplett alleine war mit der Natur. Das eine oder andere Tier gesehen hat. Mal sehen, was in Frankreich so ist. Ich muss aufpassen nur, weil in Deutschland hat sich immer lange Hose an. Jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich mir irgendwie noch eine Zecke einfahre oder so. Also, ich muss immer nach jedem Lauf immer kontrollieren, so die Kniekellen und sowas. Ganz wichtig. Aber geht gut berghoch. Ich will mit der Mütze und so fühle ich mich wie so ein Fahrtfinder. Ganz schön schlammige Wege. Sehr schlammig. Also, auch viele Pfützen. Boah, Digga. Oh mein Gott. Mann. Nice. Perfekt. Was wollte ich sagen? Hier ist gerade so eine Schlange reingegangen. Die war so schnell, war aber nicht so groß. Hätte ich immer gerne aufgenommen, ja? Die ist so hochgegangen. Ich würde mal gerne wissen, falls einer von euch weiß, was es so für Schlangen gibt in Frankreich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich voll interessieren. Aber das ist schon die zweite, die ich heute gesehen habe. Was ich mich immer frage, ist, ob das immer so extra gemacht wird, dass man hier nicht Safe, sage ich, oder? Durch soll? Oder? Keine Ahnung, ob es zufällig ist auch... Voll, Bruder. Ja, ausgeschnit, genau da. Boah, Digga. Boah, Digga. Digga, wenn man das so sieht, man denkt, das ist voll leicht, ne? Ja, 1,4,X. Das sieht so locker aus. Ja, natürlich schafft das Arda. Der würde sogar, wenn er in 10 Jahren immer noch dran ist, würde er es immer noch machen. Weißt du, wisst ihr, oder? Der hat so ein Mindset, der würde sogar nach 10 Jahren immer noch versuchen. Die waren die ersten Meter. Sehr gut. Die Steigungen, die waren ja geisteskrank. Ja, die Steigung, die Steigung knallt schon direkt rein, Digga. Aber soll ich sagen, was krass ist, dass die, dass die Autofahrer sind viel, viel schlimmer darauf als in Deutschland. Ja, ja. Ja, also wirklich geisteskrank. Ja, ich habe keine Ahnung, das ist schon sehr lange. Okay, Bro, ich gehe weiter. Gleich. Hallo. 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 Puh. Tag 1. Geil. Hat sich sehr geil angefühlt. Oh. Wieder so schön diese Waldwege. Ich habe gesehen, ich habe mich gefragt, wann wir an dir vorbeifahren. Da habe ich geguckt. Du bist immer unterwegs. Wie soll ich mit dir Videos machen? Wo im Grün? Ja, ja. Ich war mittendrin. Aber, Bro, ich habe zwei Schlangen gesehen einfach. Geil. Also, ich weiß nicht, was es war. Was Bild? Video? Ich habe ein Bild leider nur, weil die wurde überfahren am Straßenrand. Eine andere ist so auf dem Waldweg, so schnell so an mir vorbei. Wie groß war die? Boah, ich glaube, die war so. Du bist so in Schlangenfahrt gelaufen. War geistkrank, Digga. Guck mal, Bro. War so schlamm. Heavy. Achso, und damit kommst du jetzt in den neuen Camper rein? Ja, ich musste jetzt mal ausziehen. Das Lauf hat mir sehr gefehlt, Bro. So kann es weitergehen. Wie viele Kilometer hat er jetzt gemacht bei dem ersten? Was machst du? Bisschen Dehn. Ganz leichtes Krafttraining. Tja, seine Haare. 21 Kilometer? Ah, boah, sogar 21 Kilometer. Tja, 21 Kilometer. Gänsehaut. Stimulieren so. Aber ja, nichts wildes. Sieht einfach wirklich aus wie Wolverine. Meine Haare sind... Ja, da hast du immer Beine. Geistkrank. Geistkrank. Ja, sonst nichts. Bisschen mit der Black Hole, bisschen ausrollen. Diese Dinger hier sind offiziell Game Changer. Was meinst du vorhin? Die laden mit 50 Watt? Ne. Ne, mit 200. Wir verbrauchen so 150 gerade mit allem. Ja. Und die laden mit 200 auch. Geistkrank. Bei Sonne. Vorhin hatten wir bisschen so Sonne, aber jetzt grad fängt übertrieben bewölkt an. Ich glaube, es wird auch gleich richtig regnen. Ja, es ist ziemlich dunkel. Ja. Auf dem verlassenen Parkplatz hier. Wäre immer der Supermarkt offen. Ja, der ist, glaub ich, seit Jahren zu. Wir haben Baguette organisiert, bisschen Obst. Super. Ja, ich steck mir so glücklich. Ja, da hinten. Super. Wie ist das? Wir haben so einen arabischen Supermarkt gefunden. Ich glaube, es war in Algerien. Und die hatten so Steak-mäßig so irgendwas. Sah ganz gut aus. Mal gucken. Jetzt grillen wir das mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oh, Pesto, Bruder. Ja, so in der Wildnis. Oder was heißt in der Wildnis? So draußen kochen zusammen. So was aufbauen. Geil, ja. Allee. Wir sind im falschen Land noch. Nicht gracias. Merci. Merci. Merci beaucoup. De rien. Allee, je m'appelle Arda. Wie? J'habite in Berlin. J'ai allé a New York City. Ah, oui. Oui. Anderfum. Anderfum. Und wieder zu. Sehr, sehr stark. Was ist das? Noch eine Gabel? Achso, nee. Oh, Leboeuf. Das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, oder? Sieht gut aus. Mariniert. So Paprikamäßig. Riecht gut, oder? Riecht geisteskrank. Riecht geisteskrank. Das ist übrigens ein ehemaliger Aldi. Ehemaliger Aldi? Ja. In Dings, in Frankreich und in Frankreich gibt es übertrieben viel Lidl. Ja. In Spanien auch, ne? Ja. Portugal auch? Ja. Haben sogar einen. Mir kommt auch ein bisschen so rüber, als ob Arda wieder ein bisschen so Masse aufgebaut hat, ne? In Amerika jetzt auch aufgemacht. Lidl? Ja. Geisteskrank. Lidl, maybe Kooperation? Ah, sehr geil. Wie willst du dein Fleisch haben? Durch oder? Durch. Wie durch? Ja, so durch, durch. Ist ja wie Schuhsohler aber. Pauli, willst du dein Fleisch durch oder willst du so ein bisschen Medium Well? Wenn du schaffst. Wie, wenn ich schaffe? Wenn du Medium Well schaffst? Ja, ich schaff schon. Okay. Medium Well oder Dings durch? Hä? Oder blutig. Medium. Ne, Medium War? Medium Medium. War? Einfach War? Rare Habibu, Rare. Ist der Medium? Medium War? War? Medium Well? Ich will so wie ich meine Kleider trage. Ich trage meine Kleider auch. Extra. Idiot. Was? Ich trenne. Nicht. Was meinen Sie? Wie Gramm ist so ein Ding? Die ganze, wir haben jetzt, glaube ich, alle, jeder von uns hat zwei genommen. Ja. Und er meint sie, das sind zwei Kilo. Ja. Acht. Also jeder ein halbes Kilo. Ja. Jeder ein halbes Kilo. Ein guter Abend-Snack. Wird du noch so ein bisschen Baguette? Bisschen Proteins. Ja. Ich habe noch ein bisschen Eier. Drei Eier dazu. Bisschen Baguette. Schnell einfach. Funktioniert. Es gibt New York, wenn du da so an diesen Sehenswürdigkeiten bist, laufen mal so kleine Händler rum, die dir da so Wasser verkaufen wollen. So einfach, die kaufen das im Supermarkt und wollen dir eine Flasche andrehen. Die sonst 10 Cent kosten, kommen sie so. Water, water, one dollar, one dollar, one dollar, one dollar, water, water. Also gehen dir so richtig auf den Sack. Aber dafür, was macht Adit da jetzt? Filmst du gerade? Ja. Wolltest du da gerade hinbringen, Cam? Hä? Wolltest du da gerade hinbringen, Cam? Was hast du denn da in deiner Hose, ja? Was hast du denn da? Das Orangene, was ist das? Mit einem Messer, den ich mich verteidigen muss. Gegen was denn? Wenn wir in Paris sind oder was? Paris vor Ort, ja. Paris vor Ort? Man muss sich immer vorbereiten, weißt du? Schmeckt gut. Dankeschön, Ikri, mein Bruder. Jungs? Ja. Sehr gut. Super. Guten Appetit, Chef. Dankeschön. Stark. Ist gut? Stark gewürzt, ne? Mhm. Bon Appetit. Bon Appetit. Prost. Ah, da hat dein Stuhl auch eine integrierte Baguette-Halterung? Schade, ganz. Super. Haben die Algiers, die es gut gemacht haben? Glaub ich, dass die Algiers wären. Oder Maukaner. Digger, der isst die einfach so. Einfach so. Der setzt sich dahin, macht sich einfach drei Eier, pelt die und isst die einfach. Mal jagen. Was? Was meinst du? Ich will ja schon mal jagen warten. Wild. Ich jag nur die Kilometer, ja? Meinst du das jagen oder was? Meinst du Hase oder Wild? Nee. Das Problem ist, wenn wir jetzt ein Reh erlegen, das würden wir alles ja nicht verwerten. Und das... Ah, das Digger. Der hat mich drin. Ah, das Digger. Ah, das Digger. Let's go. Jetzt hab ich hier noch Haferflocken mit Honig, Zimt und so Schoko plus Swiss. Digga, der isst 500... Also der isst ein halbes Kilo Fleisch, drei Eier und dann noch Haferflocken mit... Nämlich. Mit den Sachen. Freestyle. Der beste Riegel der Welt. Ich weiß nicht. Oder? Geisteskrank. Mhm. Ist das geisteskrank. Das ist ja so Alibi. Woran sieht man, dass das Alibi ist? Erst die zweite Seite vom Buch liest er. Er meint's mir ernst. Tut er so, als ob er ein Bücherlied. Nervt mir nicht. Aber er ist zwei Seiten gelesen. Erster Tag geschafft. Wir lassen jetzt den Abend noch ausklinken. Gehen gleich bisschen pennen. Was heißt bisschen pennen? Einfach ein... Zwei Seiten. Richtig gut pennen. Bis morgen früh pennen. Ja man, bis morgen früh pennen. Wir sehen uns morgen. Superstens. Morgen. Wie war die Nacht? Super. War gut. Super. Ich will mal einen Kaffee aufsetzen. Mach das. Du trinkst keinen, ne? Ne. Merkst du eigentlich dein Bein oder irgendwas von gestern? Ne, ne. Gut regeneriert. Mal gucken, wie es jetzt am zweiten Tag ist, wenn ich loslaufe. Aber sonst fühlt sich gut an, ne? Nacht war gut. War bisschen frisch. So zum... Ne Ahnung. Verlegt mal, der ist einfach... Nein, bin ich nicht rot. Er ist einfach das Doppelte und noch ein bisschen mehr davor gelaufen, ne? Jeden Tag. Am Anfang war mir sehr warm. Dann wurde es auf einmal sehr frisch. Heute ist bisschen bewölkt. Also Sonne ist nicht da. Könnte sein, dass es auch bisschen regnet. Mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall gleich los. Und dann sehen wir uns später wieder. Super. Okay, Bro. Dann viel Erfolg. Später, Bro. So Leute. Tag zwei in Frankreich. Nacht war super. Gut geschlafen. War bisschen frisch. Abends, aber... Könnte eigentlich wieder Zeit regeln. Ist ein gutes Team, ja. Deswegen habe ich auch heute eine leichte Jacke an. Sonst, ja. Wieder Kilometer sammeln. Bein fühlt sich gut an. Hat gut regeneriert von gestern. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter so entwickeln wird. Mal sehen, was wir heute so alles ziemlich schön sehen. Super. Mal sehen. Mal sehen. Alter! Hier wurde ganz schön viel gehackt. Wie cool das aussieht. So eine richtige Mauer. Geil. Hopp hopp hopp. Sehr hügelige Wege wieder. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in so ein Schlagloch wieder trete oder so. Dass meine Fußgelenke stabil bleiben. Ich muss mich eh ab und zu mal wieder bremsen, weil die Euphorie in mir so rauskommt. Das ist jetzt am Anfang nach der schweren Verletzung. Ich habe mir die Zeit gegeben jetzt bis Paris, die 350 Kilometer, um wirklich reinzukommen. Und ich darf jetzt nicht überpacen, dass der Körper gut darauf adaptiert. Die Sehnenbänder etc. der Knochen. Und deswegen muss ich mich immer wieder so runterholen. Obwohl ich am liebsten eigentlich schon drüber brettern würde. Aber ich muss jetzt smart bleiben. Aber wieder schön ruhig jetzt gerade. Vorhin war sehr viel Landstraße. Diese Wege finde ich eigentlich am geilsten. Weil du hier so komplett in der Ruhe bist, kannst du deine Gedanken freien Lauf lassen. Als Stadtkind, normalerweise als Stadtkind, ist man eigentlich immer nur Lärm gewöhnt. Und ich sage ehrlich, durch diese Reise habe ich diese Ruhe in der Natur lieben gelernt. Das ist echt crazy. Also Stadtleben safe hat auch seine Vorteile, ist cool. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr es feutert. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Ob ihr so Großstadt oder eher so ein kleineres Dorf, sage ich jetzt mal, wohnt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich kann mich schon vorstellen, irgendwann so am Rande ein bisschen zu leben. Wo es ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht irgendwann mal, so Gottes Willen, irgendwie mal ein kleines Haus haben. So ein bisschen so Stadtgrenze oder sowas. Für mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich liebe das, so Land. Diese Luft. Ja, oder vor Ort. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie ist es bei euch? Ich weiß nicht. Ich würde es schon gerne machen. Ja, plus und minus Punkte halt, ne? Oh, ihr seid alle im Dorf, Janik. Ja, ihr seid echt alle im Dorf. Krass. Ich bin ja in Spandau. Und Spandau ist so ein bisschen, ist schon ein bisschen außerhalb. Aber ist immer noch so voll Stadt. Ich will so richtig so, wie es da aussieht. Sage ich euch ehrlich. Aber so 20 Minuten bis Berlin. Ungefähr. Das würde ich eigentlich gerne, würde ich eigentlich wollen. Mal gucken, was sich so entwickeln wird. Aber vertraut mir, wenn ihr nur an Stadtleben gewöhnt seid, geht mal in ein Dorf oder an die Natur. Ihr wisst gar nicht, was es euren Körper gibt, eurem Geist gibt. Mofa, Münster, cool. Wenn ihr mal alles zur Seite stellt, diese ganzen äußerlichen Einflüsse, sind schon crazy. Man wird voll geerdet. Einfach Dschungel. Alter. Langsam hier rüber. Man merkt gar nicht, aber manchmal sind hier unter diesen Ästen, ist einfach so ein tiefer Loch. Man muss echt aufpassen. So ein tiefer Loch. So ein tiefer Loch. Oder am Armer. Geil, Bruder Joel. Musst du aufpassen, wenn du gegen mich spielst. Schwer gegen mich, sage ich dir ehrlich. Ich habe jetzt auch eine große Hose an, was mich jetzt hier nicht unnötig sticht. Vielleicht sehen wir heute wieder eine Schlange. Man weiß nie. Also ich verstehe nicht, wie man mir so einen Weg anzeigen kann. Das ist geistkrank. Man kann hier gar nicht laufen. Ich muss gefühlt so langsam hier an diesen Ästen und so vorbei. Wie soll ich denn hier durch? Ich verstehe, was das für ein Weg ist. Angeblich war hier mal eine Straße. Aber keine Ahnung, was das hier sein soll. Scheiße. Einfach durchschau. Hey, geht's gar nicht rein. Was ist da hinten? Ja, wie soll man aber durchkommen? Er ist ja komplett im Gebüsch. So. Geht's jetzt hier? Ich sehe immer noch nichts. So, jetzt hier ist wieder ein relativ guter Weg, wo ich jetzt wieder vernünftig Meter machen kann. Oh, das hat mir jetzt sehr viel Zeit gekostet. Sehr viel Zeit. Ich bin, glaube ich, gefühlt für 500 Meter, habe ich, glaube ich, gerade 15 Minuten gebraucht. Okay, weiter geht's. In den Wald rein. Glaube ich auch, Kroatien. Ich glaube, Waden und sowas machen nicht mit. Rücken und so. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Aber ich sage euch ehrlich, dieser Waldabschnitt ist gerade der schönste, den ich, glaube ich, seit langem gelaufen bin. Weil die Sonne kommt hier nicht komplett durch. Es schimmert nur so ganz leicht ab und zu. Die Luft ist richtig geil. Und du hast hier so komplette Ruhe. Das ist absolut ein Solito-Wald, ich sage nicht, so wie es ist. Voll, voll geile Atmosphäre gerade. Okay. Boah. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, wie ihr euch denken könnt, warum ich jetzt hier stehe. Normalerweise sagt mir jetzt die Map, ich soll hier rüber. Hade lan, Arda. Hade lan. Genau hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob damals hier bei Google Maps eine Brücke machte, dass er das dachte, dass ich hier rüber kann. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie weit der See ist. Ich muss mal gucken gleich, ob ich entweder außenrum, ich hätte kein Problem rüber zu schwimmen. Aber was soll ich mit meinen ganzen elektronischen Sachen machen? Ich habe hier Kopfhörer, Powerbank und sowas. Hochhalten. Hochhalten. An sich, man merkt, es ist eine Strömung da. All Gucci, dankeschön für 18 mit dem Bruderherz. Aber das Wasser sieht eigentlich gar nicht, weil weit ist es nicht. Theoretisch schnell rüber schwimmen. Ich gucke erstmal, gucke erstmal, wie weit es ist, wenn ich dann eine kleine Schwimm-Session. Es ist voll cool, irgendwie immer, jede Person, die vorbeiläuft oder die man so sieht, immer Bonjour, Bonjour. Richtig cool. Was geht, Hermanos? Was geht? Ja. Nicht erwartet, ne? Ach, Kacke, Mann. Der hat den Weg gefunden. Hier war doch eine Brücke. Hier war doch eine Brücke. Jetzt geht es auf die andere Seite. Aber das Wasser sieht jetzt auch nicht so nice aus, obwohl mit der Sonne sieht es cool aus, aber es ist schon sehr dreckig. Sehr, sehr dreckig. Aber wenn es sein muss, hätten wir auch rüber geschwommen. Kein Problem. Nein, Hohn. Hallo. Hallo. Super. Alter, waren das Wege. Irgendjemand hat mir vorhin geschrieben. Es gibt schon wieder TikTok-Clips von ihm, wo Arda sogar gehatet wird. Stimmt das? Sorry gesehen, war ein bisschen ein Waldweg. Geisteskrank. Ein bisschen? Ja, keine Ahnung, ich muss mich aufgeben. Wirklich, ja. Ist das geisteskrank. Digga, wie kann man denn sowas sogar halten? Der Geist ist so krank. Was schreiben die denn da bitte? Auf seinen eigenen TikTok? Was schreiben die denn da bitte? Vergleich mal checken, ob ich irgendwie Zecken oder so habe. Mich haben gefühlt voll viele Sachen geschockt. Und? Ich war so an einem See und der hat mir gesagt, ich muss jetzt über den See. Ich dachte mir so, okay, war da vielleicht damals eine Brücke oder sowas? Dann bin ich erst mal weitergelaufen. Dachte ich mir, okay, wenn es nicht sein muss, dann muss ich irgendwie rüber. Aber bin ich erst mal so weitergelaufen und dann kam irgendwo da hinten eine Brücke. Aber ja, Bro, ich muss mich voll bremsen, ja. Du willst schneller laufen. Ja, ich will schneller und ich will mehr so, aber ich muss mich... Das ist dieser 66-Jährige. Ich habe da nicht und so. Oh mein Gott. Das ist so respektlos, ich schwöre. Ich bremsen. Das ist echt gerade auch so dieser Kampf gegen die Gedanken so. Aber ja, war gut. Lidl Parkplatz wieder. Dicke, ich schwöre, Lidl verfolgt uns. Lidl verfolgt uns. Aber super Platz, oder? Hier ist Schatten ein bisschen. Schatten, Sonne. Schatten, Sonne, wir haben alles, was wir wollen. Du kannst es auch einfach nicht sein lassen, oder? Das könnt ihr aber auch... Haten die dann auch, oder was? Sagen die auch, ist Fake-Stange? Wahnsinn, ja. Bro, wir sind keine klassischen Läufer. Wir sind Cyborgs. Ist auch, auch Fake, wa? Schiene, Digga. Körperaufweg. Ich muss noch schnell meine Sobs. Oh, guck die machen, ja. Wie war Dusche? Kalt. Gut, so knackig, ne? Oh, mega, sehr gut für die Entzündungswerte im Körper. Super. Ich schwöre, Schengi, das ist geisteskrank. Jetzt noch mein Ingwer. Ganz schwarz, komm wieder. Drohne ich auch noch? Drohne ich auch noch, natürlich. So, Brain Paul hatte die Idee, wie können wir effektiv Wasser sparen, aber trotzdem uns frisch halten. Uns frisch halten. So können wir es ein bisschen waschen. Hier haben wir den frischen Honig. Und auch so eine sehr spezielle. Ach, der ist das mit, mit, der Dingsda, oder was? Ich hab's vergessen. Was ist das Geisteskrank? Arbeit. Grüße gehen raus an Patrick. Grüße gehen raus an Patrick. Das ist Milla. Nehmen wir eine große Schippe hier rauf. Digger, das geht gar nicht. Boah, ich schau mal da. Schwarz-Germülöl. Wenn schwarz-Germülöl holt, guckt immer, dass kalt gepresst ist und ungefiltert. Und bestenfalls natürlich Bio-Qualität. Du weißt, worauf ich jetzt richtig Bock hab? Ja. Ich glaub, ich mach mal ein Rührei draußen. Ja? Ja. Ich geh mal eben zu Lidl. Eier holen. So diese Maracuja-Eisdinger, oder allgemein diese Twister, Maracuja, oder Capri, Lutschfinger. Warum lachst du, wenn ich Lutschfinger sage? Was würdest du sagen, was du dein Lieblings-Eis hast? Kaktus auch super. Twister. Also von diesen, von diesen, von diesen Frucht-Dingen ist Twister am besten. Warte, warum lachst du, Digger? Du meinst allgemein Lieblings-Eis? Ja. Haller atelt einfach, er lacht immer. Hängen das, ähm, Peanut Butter Crunch. Unglaublich, ja. Wenn wir das hier irgendwo finden, Digger. Aber schwer. Aber so viel Sommer sind so diese Capri-Dinger und so am besten. Sag mal was für meine, äh, für meine albanischen Brüder hier, sag mal was. Appellativ, oder was? Perfekt für den Sommer. Wasser? Elektrolyte. Nee, Liga, ich mag, ich mag Gurke nicht so zu essen, naja. Ich mag irgendwie Gurke nicht so zu essen, naja. Hast du das Gefühl, dass du irgendwo in Frankreich bist? Schönen, oder? Können auch die A31 sein, ne? In Deutschland. Nein, ich mag auch Gurke, aber ich mag nicht Gurke so ohne gar nichts. Das mag ich nicht so. Komm, man, Biente. Was ich so cool finde, ist, an jedem Menschen, die du vorbeiläufst, immer, bonjour, bonjour. Nee. Das ist cool. Bonjour und bonsoir. Genau, bonsoir ist, guten Abend. Und dann denkst du, du hast es so drauf, kannst auch jetzt so gut Abend sagen, dann sagst du es zu einem irgendwann am Abend, bonsoir. Und der so, bonjour. Der ist doch dickselig. Ich kriege einfach, moin. Weißt du noch, was ich dir damals beigebracht hatte, was auf türkisch heißt, so guten Abend, weißt du, kannst du ja erinnern? Wenn wir immer an den Häusern vorbeigelaufen sind, hab ich das immer gesagt. Und dann hast du es auch angefangen zu sagen. Weißt du, wie es heißt? Also es war auf jeden Fall nicht merhaba, es war jaksamlar. Jaksamlar, ja. Jaksamlar. Ja, dicker, Adam. Herz drauf, Bruder. Herz einfach drauf. Jaksamlar. Immer so abends, wenn du dann, so jaksamlar. Moin geht nicht in der Türkei, ne? Moin? Moin. Nee, sag mal einfach, günaydın. Günaydın? Günaydın einfach. Okay. Abendbrot. Abendbrot. Wir haben Eier, wir haben Käse, wir haben Oliven. Oliven sind immer super, ja. Wir haben sogar hier so dicke Ingwerknollen. Drinnen. Machen wir uns Wraps. Mit Käse und Kuchenbrot so ein bisschen. Eier. Hab ich hier noch Haferglocken mit so Cornflakes mäßig. Und gießen den Sonnenuntergang auch, ne? Gießen den Sonnenuntergang. Kalorien tanken. Noch schon wieder ein Arbeitstag rum, ne? Der Block geht auch langsam zum Ende hin, ne? Ja, langsam oder so. Lein, langsam, langsam. Röpst du gut aus, ne? Oh, da schmilzt der Käse immer schön. Zartbitterschokolade. Digger, das sieht lecker aus, sag euch ehrlich. Zartbitterschokolade habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es schon mal probiert habe. Oh ja. Mindestens 90%. Alles drüber sogar noch besser. Mit Honig? Wie bist du drauf gekommen? Er dippt alles in Honig. Er hat sogar die Karotte vorhin in Honig gedippt. Natürlich. Karotte in Honig. Ich bin honigsüchtig. Offiziell. Sie kennen mich als Honig ist hier. Ach, alle, die Arte da haten, sollen lutschen. Ganz einfach. Alleine, dass er da hinläuft. Selbst wenn er ein Jahr lang brauchen würde. Na und? Lauf du selber mal da lang. Aber da hin. Das war es dann auch schon, die da mit dem ersten Block, ne? Ach, ab jetzt, die haben jetzt ein Wohnmobil, wo die immer im Bus schlafen, oder was? Stimmt. Stimmt. Der erste Tag ist fertig. Ich habe auch noch was organisiert. Können wir die Tage spielen, ja? Boah. Uno und Skippo. Müssen uns aber auf die Regeln vorher einigen. Naja, jetzt ist kein Stress passiert. So, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Super ist nichts. Entspannte Nacht. Ich fand's cool. Super.